Real Madrid FC Bayern München Das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München wird live im Free-TV im ZDF übertragen. Punkt, 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 Punkt. Anstoß ist am Dienstag, 1. Mai 2018 um 20.45 Uhr. Das ZDF steigt in die Partie live ab 20.15 Uhr ein. Punkt, 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 Punkt. Für Moderation und Analyse stehen Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn bereit. Punkt, 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 Punkt. Live-Reporter ist Oliver Schmidt. Sky zeigt das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League live im TV auf Sky Sport Erste. Punkt, 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 Video-Challenges einfließen lassen. Samer erklärt, wie der Video Beweis Zukunft hat Real Madrid, FC Bayern München am Dienstag im Livestream. Das Match zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München in der Champions League wird am Dienstag Erste. Punkt, 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 Mai 2018 um 20.45 Uhr im ZDF-Livestream und bei Sky Go gezeigt. Punkt, 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 Punkt. Real Madrid, FC Bayern München am Dienstag im Livestream-Eurosport.de bietet ab 20.45 Uhr einen Livesticker zum Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern an. Punkt, 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 Punkt. Hier bekommt ihr zudem all News und Informationen rund um die Champions League. Tollesow, Wagner es fehlen, Neuer, Boateng, Vidal, Komen, Robben-Trainer, Jupp Heynckes, Real Madrid, Navas, Cavayal, Barane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Vesquez, Modric, Kroos, Isco, Ronaldo-Trainer, Zinedine Zidane, Schiedsrichter, Junaid Shakir, Türkei. FC Bayern München heute gegen Real Madrid, die letzten sieben Duelle, Saison, Datum, Wettbewerb, Begegnung, Ergebnis 2017, 18. 25. April 2018, Champions League, Halbfinale, FC Bayern München, Real Madrid 1 zu 2, 2016, 17. 18. April 2017, Champions League, Viertelfinale, Real Madrid, FC Bayern München, 4 zu 2 n. Punkt, 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 Punkt 14. April 2014 Champions League Halbfinale FC Bayern München Real Madrid 0 zu 4 2013 14. 23. April 2014 Champions League Halbfinale Real Madrid FC Bayern München 1 zu 0 2011 12. 25. April 2012 Champions League Halbfinale Real Madrid FC Bayern München 3 zu 4 n. Punkt. 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 E Punkt. 2011 12. 17. April 2012 Champions League Halbfinale FC Bayern München Real Madrid 2 zu 1 Bayern ohne Robben nach Madrid Arjen Robben FC Bayern München Getty Images der FC Bayern München reist ohne Arjen Robben zum Halbfinal Rückspiel der Champions League bei Real Madrid. Der Niederländer steht nicht im 21er-Kader des FCB für das Duell um den Finaleinzug. Robben hatte im Hinspiel 1 zu 2 am vergangenen Mittwoch eine Adduktorenverletzung erlitten. Verzichten müssen die Bayern außerdem auf Innenverteidiger Jérôme Boateng, den ebenfalls eine Adduktorenverletzung außer Gefecht setzt. Dafür sind David Alaba und Xavi Martinez wieder fit. Zum Artikel Untertitelung des ZDF für funk, 2017